Ihre Gelenke knacken und das ziemlich laut oder Sie spüren und hören ein knirschendes Reiben bei bestimmten Bewegungen. Was hinter diesen Gelenkeräuschen steckt und ob sie gefährlich sind, erfahren Sie hier. Hallo, ich bin Stefan Preiß. Es ist kaum zu überhören, bei manchen Bewegungen knacken Ihre Gelenke so laut, dass Sie sich jedes Mal erschrecken. Klar, da macht man sich natürlich Sorgen. Ist da etwas kaputt? Sind das die ersten Zeichen von Arthrose? Seien Sie beruhigt. Gerade dieses laute Gelenkknacken ist in aller Regel völlig harmlos. Aber wie kommt es dazu? Das Rätsel um die knackenden Gelenke ist zwar noch immer nicht hundertprozentig gelöst, aber eine Theorie scheint sich bei den Wissenschaftlern mittlerweile durchgesetzt zu haben. Die sogenannte Vakuumhypothese. Das hört sich komplizierter an, als es ist. Sie wissen, dass es in unseren Gelenken so etwas wie Gelenkschmiere gibt. Diese Flüssigkeit enthält unter anderem Kohlendioxid. Dieses Kohlendioxid ist genau wie Kohlensäure im Mineralwasser in der Gelenkflüssigkeit gelöst. Bei bestimmten Bewegungen, zum Beispiel beim ruckhaften Langziehen der Finger, nimmt der Gelenkraum zu. Hierdurch entsteht besagtes Vakuum und das Kohlendioxid kann sich aus der Gelenkflüssigkeit lösen. Es entstehen also plötzlich Gasbläschen und dieser Prozess ist für das typische laute Knacken der Gelenke verantwortlich. Das ist halt vom Prinzip her ganz ähnlich, wie wenn Sie eine Flasche Mineralwasser aufmachen. Es zischt laut. Naja, weil auch hier das im Wasser gelöste Gas plötzlich freigesetzt wird. Bei Menschen, die weiches Bindegewebe haben, das heißt sehr beweglich sind, findet sich dieses laute Gelenkknacken übrigens häufiger als bei Menschen, die sehr straffes Bindegewebe haben. Wir können sich vorstellen, je dehnbarer die Gelenke sind, desto leichter kann es zu einem Vakuum und damit zur Gasbildung kommen. Auch wenn es nicht schlimm ist, dass unsere Gelenke laut knacken, sollten Sie das nicht ständig provozieren oder sich gar ein absichtliches Knacken der Gelenke angewöhnen. Sie riskieren sonst, dass die Gelenkkapsel und Bänder immer weicher und somit das Gelenk tendenziell instabil wird. Eine ganz andere Ursache haben die erheblich leiseren, reibenden, manchmal knirschenden Gelenkgeräusche. Häufig spürt man zum Beispiel beim Treppensteigen ein Knirschen hinter der Kniescheibe. Diese anfangs kaum merklichen Geräusche muss man erheblich ernster nehmen, als das laute Knacken, über das ich eben gesprochen habe. Denn häufig verbirgt sich dahinter ein beginnender Knorpelschaden. Wenn dann noch Schmerzen hinzukommen, sollten Sie das unbedingt von einem Gelenkspezialisten checken lassen. Und das bevor aus einem vielleicht nur kleinen Knorpelschaden eine Arthrose wird. Mehr zur Behandlung von Knorpelschäden und Arthrose finden Sie übrigens hier auf unserem Kanal. Und damit Sie immer gut informiert sind, abonnieren Sie ihn gern kostenfrei, indem Sie einfach hier unten auf den Button drücken. Oder vereinbaren Sie gern einen Termin hier bei uns in der Klinik am Ring Köln. Bleiben Sie gut gelaunt und gesund. Ihr Stefan Preiß ich nenne mich auch noch nicht in die Klinik am Ringklauerts. H crown ich mich auf den Klinik am Ringklauerts.